Grüß euch, ich bin der Hupar Franz, ich bin der Außendienstmitarbeiter von der Firma Mache Müffiol. Ihr werdet mich heute nicht so oft sehen, aufgrund der aktuellen Situation. Ich möchte euch heute in der Maschine zeigen, die bei uns am gängigsten ist, der 5.4. Zulfer. So, ich zeige euch jetzt einmal, wie hoch das momentär in der Maschine eigentlich in Tee kommt. Schaut es einmal zurück. Mit dieser Maschine, mit dieser Unterrichtung, ich gehe in den Abschieber auf und visiert auch durch die Schein-Doch-Fenster überall schön dazu. Ja, mit den kompakten Abmessungen, die die Maschine hat, mit 1,53 Meter Außendweite, mit der Maschinen, die wir jetzt noch da haben, sind mit der alten Mototechnologie. Nutzt die Chance, ein paar Stikel haben wir noch für euch. Weitere Aktionen findet ihr unter Hashtag Wach zu Hause Messe oder auf unserer Homepage. Grüß euch, bleibt gesund!